Guten Abend liebe Muttersportfreunde und willkommen zum Liga-Duell der MCFL gegen die NRL und hier in Q1 beende ich meine erste Runde mit einer 1.31.5 und somit auf den fünften Platz hier in Russland. Dann sehen wir hier die Ergebnisse von Q1. Die erste Qualifikationsrunde in Q2 beende ich mit einer 1.33.1 und somit gerade auf den neunten Platz. Meine zweite Qualifikationsrunde in Q2 beende ich mit einer 1.31.4 und somit auf den achten Platz und bin sicher in Q3. Hier sehen wir nochmal die Ergebnisse. Dann die erste Qualifikationsrunde in Q3 beende ich mit einer 1.31.3 und somit gerade auf den zweiten Platz. Und auf die zweite Qualifikationsrunde in Q3 nehme ich euch hier natürlich mit. Noch 12 Sekunden waren auf der Uhr ich über den Strich gegangen bin und dann fahren wir hier über die erste DRS gerade mit einem leichten Rechtsknick. Dann geht es hier in die erste Kurve rein. Da muss man aufpassen. Da kann man schnell ungültig gedrückt bekommen. Dann hier in den langen Linksknick hinein. Durch die weitere rechte Kurve. Dann ist hier schon Sektor 1 vorbei. Und jetzt komme ich langsam wieder ins Minus rein mit dem Delta. Aber auch nicht all so viel. Hier durch die ganzen schnellen Kurven in die Linkskurve rein. Da muss man sehr beim Kurvenausgang aufpassen bei manchen Kurven. Besonders da mit abgefahrenen Reifen. Dann sind wir hier in der zweiten DRS-Zone. Ein Teamkollege von mir von der Liga gibt mir hier ein bisschen Windschatten. Hat ein wenig geholfen würde ich sagen. Aber dafür war die Kurve nicht so gut. Die auch nicht. Wir sind schon hier im letzten Sektor. Und dann sind wir auch gleich schon wieder auf Start und Ziel. Hier rechts ist die Boxeneinfahrt. Dann durch die vorletzte Kurve. Und durch die letzte Kurve. Und die Zeit bleibt stehen bei einer 1.31.1. Und somit starte ich von Platz 7 ins Rennen. Und hier sehen wir die Ergebnisse. Ich starte von Platz 8. Dann sehen wir hier kurz meine Strategie. Und somit gehen die 5 roten Lichter hier in Russland an und wieder aus. Und somit ist das Rennen eröffnet. Ich habe hier einen super guten Start. Bin schon auf Platz 6. Habe 2 Plätze gut gemacht. Dann hier durch den Rechtsknick. Durch auf die lange Gerade. Und da überholt mich schon der Barrekello in die erste Kurve rein. Und der Granuninho auch. Und somit bin ich wieder auf den 8. Platz. Ende Runde 1. Das Safety Cast draußen. Und der Bademeister fährt in die Box. Und somit bin ich auf den 7. Platz. Runde 2. Da ist der Barrekello und der Schumacher in der Box während der Safety Cast Phase. Und somit bin ich 5. Runde 4. Da überholt mich der Potato. Zumindest versucht es in die erste Kurve rein. Und jetzt klappt es, weil er einen besseren Exit hat. Und somit bin ich auf den 6. Platz zurückgefallen. Runde 13. Da ist der Epic Snipe an der Box. Somit bin ich 5. Runde 15. Ich fahre hier an die Box. Hole mir frische Medium Reifen. Das Safety Car ist übrigens auch draußen. Hier muss ich 2 Boliden vorbeilassen. Und komme wieder auf den 7. Platz. Auf die Strecke zurück. Runde 20. Hier überhole ich den Quinch mit DAS. Auf der zweiten DAS-Zone. Und somit bin ich auf den 6. Platz wieder. Runde 21. Hier überhole ich den Bademeister in der ersten DAS-Zone. Beziehungsweise er lässt mich hier vorbei. Weil wir ja in einem Team sind. Runde 30. Da ist der Kai an der Box. Somit bin ich 4. Runde 35. Da ist der Potato an der Box. Somit bin ich 3. Runde 36. Da habe ich einen Quersteher beim Kurvenausgang. Komme da leicht an die Mauer dran. Habe aber zum Glück keinen Schaden. Aber der Schuhmacher. Der kam an mir vorbei. Somit bin ich 4. Runde 42. Da überholt mich der Epic Snipe mit DAS. Somit bin ich 5. Runde 43. Da ist der Granonino an der Box. Somit bin ich wieder 4. Runde 47. Da ist der Safety Car draußen. Und ich überlege an die Box zu fahren. Hätte ich es mal lieber gemacht. Nochmal auf Soft gewechselt. Denn mit über 30 Runden alten Medium Reifen. Mal gucken was ich da noch so reißen kann. Runde 50. Das Safety Car ist wieder drin. Das Rennen ist wieder freigegeben. Und somit überholt mich hier der Schuhmacher mit seinen frischen Softs gegen 31 Runden Medium. Beziehungsweise März 30 Runden. Das Safety Car ist wieder draußen. Und das Safety Car ist wieder drin. Runde 51. Runde 52 jetzt. Und ich hänge am Heck vom Filou. Ich baller hier gerade einfach alles raus. Immer noch auf den alten Reifen. Da setze ich mich neben ihn. Und bremse mich hier in die erste Kurve an ihn vorbei. Aber jetzt ist links einer und rechts einer. Und ich bin in der Mitte von den beiden. Barichello überholt mich hier. Und somit bin ich auf den dritten Platz. Immer noch Runde 52. Epic Snipe überholt mich hier. Und somit bin ich auf den vierten Platz. Da komme ich an seinen Seitenkasten. Und konnte meinen Wagen zum Glück fangen. Letzte Runde. Letzte Kurve. Und somit komme ich auf den dritten Platz ins Ziel. Wegen den ganzen Zeitstrafen. Die die da vorne hatten. Und somit ist Platz 1 und 2 für die NRL. Und Platz 3 für mich von der MCFL. Und wie gesagt, vielleicht wäre es besser gewesen, die alten Medium, die alten 30 Runden Medium zu wechseln, um sie gegen viel frischere Softs einzutauschen. Damit wäre ich definitiv viel schneller gewesen und hätte mir vielleicht noch den ersten Platz sichern können. Weil hier habe ich ja nur drei Sekunden Zeitstrafe bekommen und die anderen viel mehr. Aber sei es drum, wenn euch dieses Highlight Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. So würde mich sehr sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.